Gucken wir mal hier hinten dann. So. So. Hm. Hm. Wenn wir da jetzt einfach mal runterjumpen. So. 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 Also. Das sind Häuser. Da will ich jetzt mal hin. Also hier auf der Karte. Hier. Darf ich mal gucken. Hier geht es lang und dann geht es hier auf der langen Karte. Okay. Das macht Spaß. Okay. 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 Du wirst nicht leben, um das zu schrauben zu lassen! Du bist wirklich ein Formidable, Arisen! ist das ein dorf oder ist das ein banditenlager das ist ein banditenlager heilung He he. Okay, was gibt es denn hier? Kann man nicht durch Fenster steigen? Nö. Jetzt habe ich dich! Komm zurück, und ich werde dir mit meiner Magik. Warte da. Nein, die Arisen hat einen Poison. Was ist das? Hm. Schade. 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 So. Schade. Schade. Sind hier noch Banditen? Hallo? Auch ein bisschen komisch Wir gehen in irgendein Wir kommen hier in irgendein Dorf Metzen alle Leute wieder und Machen uns dann was zu essen Um eines Video Oh Oh Okay. Haha. You're well fond of picking things up, aren't you? Me thinks we can move this boulder if we work together. My thumb pushes what's needed here. I doubt that someone will believe me. But I have to write this report from what I saw. A gigantus wandelt on the earth. How can I describe it? Every step hurts the ground. Sein ferner Kopf teilt die Wolken. Ich weiß nicht woher er kam. Nur dass ein furchtbare Macht ihm zum Leben erweckt haben muss. Ob von einem Gott oder Drachen oder von etwas jenseits aller Verstellungskraft. Your current vocation is ill-suited to wielding a bow, Master. See's as you say. I grant you lightnings fangs. I shan't let them harm you. Hey, I got a axe. Avoid flame at any cost, Arond. You could've been doused in lo... еть! acesso підent jagd Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Oh Gott 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 Okay, laufen wir hier lang. Oh, cool. Nee, ich will mit dir sprechen, aber egal. So, wir sind wieder zurück. Und lagern wir erstmal Sachen ein. 27.000, nice. 28.000, nice. Oh. 28.000, nice. Die in-over. 29.000, nice. Ah, nice. Fabulous, you have acquired both an Archerstaff and a Greatsword. So, Fabulous. Oh, nice. Have you business with the Guild, sir? I should be glad to assist you. I should be glad to see you. Oh. Einführungskraft. I should be glad to see you. So. Ah. Krimhauer. I should be glad to see you. 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 Okay. Upgrade. I should be glad to see you. Ja. Das kommt, wenn du über Tastendruck was machst mit komischem Kram. Dankeschön. Und moin. Hey. Danke für die Info. Ich weiß nicht wie lange schon. Das passiert, wenn man sich auf das Game konzentriert. Danke, Iggy, Next Generation und Rammelzieger. Den Namen finde ich cool. Danke schön. Oh Gott. Danke schön. so. So. Entleeren wir uns wieder. So, bevor ich jetzt weitermache, einmal eben die Tasten überprüfen. Okay. Okay, jetzt läuft's. Kubala. Okay. 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 So nach. Okay. Warte einige Tage. Komm, ich geh mal ins Gasthaus, da war ich seit ewig und drei Tagen nicht mehr drin, ne? Okay. 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 Yes. Okay. Untertitelung des ZDF, 2020